Was man machen will, um eben diese Zweckbindung und das Förderziel zu erreichen, muss ich da relativ viel investieren. Ich kriege das natürlich auch mit einem guten Satz gefördert. Aber haben wir jetzt auch gestern bei einem Waldbegang mit zwei Landtagsabgeordneten vom Waldbesitzerverband aus angesprochen, dass es doch im Grunde genommen gar kein Witz ist. Die Waldbrücke reinplanten, die wir in Forschung haben, wo wir natürlich sind. Wir machen Windflüge, das ist ein Verkast an den Reckern. Das ist dann sehr schnell in der Windflüge. Die Erfahrung aus den letzten Windwürfen zeigt, dass man da, wo man so die Skale macht, dann auf einmal auch rundum was kommt. Das nächste, der gleich da am Waldrand steht, der Eichel hier, der bringt die doch auf den Flächen aus. Ich sage nicht, dass da ein lupenreiner Eichenbestand daraus besteht, aber als Mischbaumart werden die in die Flächen reingebracht. Was wir jetzt noch machen auf den hinteren Flächen, wo die Lärchen und auch die Douglasien rundherüber stehen, das füßt sich quasi an, da eine Bodenverbundung zu machen, die wir jetzt sehen, an den zweiten, an den wir jetzt haben. Dazwischen werden wir mit Bodenverbundungen arbeiten, um da Lärche, Douglasie, Pirke, wo man hier auch in fünf Jahren noch jemand reinlaufen kann und schauen kann, wie läuft die Entwicklung, müssen wir irgendwo pflegend eingreifen oder nicht. Und wir können hier mit einem relativ kleinen Invest, wenn wir eben diese Fettaugen hier reinpflanzen, an klimastabilen Baumarten, in Kombination mit der Naturverjüngung, die hier aufläuft, mit relativ kleinem Aufwand diese Fläche wieder in Verjüngung bringen. Und das wird ein bunter und strukturreicher Waldbestand. Hier brauchen wir nur Geduld. Das dauert in diesem Konzept deutlich länger, als wenn ich jetzt einmal die Fläche komplett bulchen würde und mit 1,50 Meter hohen Eichenpflanzen bestocken würde. Das würde wahrscheinlich auch funktionieren, kostet aber ein Riesengeld. Es ist die Frage, wie ökologisch sinnvoll ist, diese ganze Fläche mit dem Mulcher einmal zu bearbeiten. Hier brauchen wir halt ein bisschen mehr Zeit, aber es wird strukturreicher. Das sind ja ökologisch wertvolle Flächen, so wie sie jetzt dastehen. Und ich habe eine natürliche Waldsukzession eben unterstützt mit einem gezielten Baumartenwechsel auf der Fläche für natürlich immer noch viele, viele Euros. Wenn ich denke, hier könnten ja auch noch Fichten stehen, die ich jetzt sukzessive die nächsten 40 Jahre nutzen kann. Gut, das ist jetzt nicht mehr so. Das hat uns die Wettersituation gebracht. Aber hier kann ich eben mit einem relativ kleinen im West einen zukunftsstabilen Baumartenreiche, strukturreichen Waldbestand schaffen. Das war hier die, die der aus der Nullgasse GPS gesteuert gemacht hat, die ist wirklich vollstensstrack. Die hier? Ja, okay. Hm, das ist keine Graubacke-Furschung, oder? Jürgen, was hörst du irgendwo gesagt? Was war's? Ja, okay. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.